Ciao, jetzt grüßen Sie mal an, jetzt kommen wir zurück zu Grand Theft Auto, wo Ice City in meinem Filmstudio. Es ist zwar nicht Hollywood, aber es ist ein Filmstudio. Wer hat schon ein Filmstudio? Der, ähm, Jet. Aha! Okay. Wie geht's, Steve? Wow! Wow! Candy ist ein Natur. Und diese neue Mädchen, sie ist insatiable. Sie ging durch die Kiste und die Crew, bevor ich sogar eine Lichter-Rezung hatte. Oh mein Gott. Anyway, hey, hey, tomorrow we're going on location, shoot the Boat scenes. Boat scenes? Boat scenes? The fishermen are in the throes of passion, when the giant shark comes in. What did I say about the giant shark? I said, no giant shark, all right? Just keep the cameras, point it at the poom tank. Okay, okay. Hey, Tommy, you guys gotta try, right? Get those flyers printed up. Oh ja. Yeah, but nobody's gonna let us distribute those things. I mean, they're just too, uh, they're unimaginative. You don't worry about that. Ah ja. I've got my own ideas for distribution. Okay. Hey, Candy, in my trailer. Oh mein Gott. Ja, it's okay. Hinter dem Studio steht ein altes Wasserblut. Und was? Das mal als Requisitor für einen Indie-Film diente. Ah. Aha. Benutzt das, um die Fly zu verteilen. Kann man auch machen, du. Suche dir... Äh, wah, 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 wah. Okay, 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 okay. Äh, äh, äh. Äh, äh. 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 Oh ja. Da weiß man halt nicht mehr, was. Steuerung ändern. In Fahrzeug. Nach hinten sehen, Geschütz. Nach hinten, num 9, num 6. Was? Num 9, num 6? War's das? Hab ich doch probiert, oder? Oh. Oh. Cool. Ja, fliegen. Geil. Ah ja, bei dem Flugzeug da gerade eben, da ging der Propeller nicht. Da gab's schon sowas wie schweben. Das ist hier... Warte, 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 warte. Oh, oh. Wirf die... Äh. Ach, scheiße. Oh, oh. Oh, oh. Okay. Wo, wo will denn die verteilen? Auf dem Boot? Was? Oh Gott. Klappe. Nervt mich nicht. Ich stört mich voll, wenn hier jemand spricht. Und ich bin es nicht. Ah, man muss hier nur durchfliegen. Ah, sehr gut. Ah, ein Helikopter. Oh, ja, klar. Bei dem auch der Propeller nicht geht. Ach, und jetzt verteilen wir die Flyer. Ich verstehe. Oh, wow. Sag mal, wie schmeißen der die Flyer ab? Jetzt mal ohne Witz. Jetzt mal ohne Witz. Ach, du meine Güte. Was? Oh, 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 oh. Oh, wow. Das sind aber viele Flyer. Und die landen alle auf der Straße. Unfassbar. Und da ist ein... Oh. Wow. Wow. Ey. Leute, das war jetzt mal mega. Das war mega. Hätte ich nicht gedacht, dass ich die Kurve noch kratze. Im wahrsten Sinne des Wortes. Im wahrsten Sinne des Wortes. Oh mein Gott. Ein Flugzeug. Hey. Oh, oh, oh. Bäume. Keiner mag Bäume. Oh. Schon wieder so ein dämlicher... Kopter. Okay. Also, ich denke mal, das sieht gut aus momentan. Momentan sieht es noch gut aus. Momentan sieht es, glaube ich, noch gut aus. Ich finde es auch gut, wie er immer mit der Waffe da rum, äh, rumhantiert. Während er fliegt natürlich. 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 Ich bitte euch. Oh, je. Okay. So. So. Wo? Oh. Aha. Okay. Sehr gut. Ah, wunderbar. Ah. Ah. Ha, ha, ha. Okay. Alles klar. Alles klar. Ah, das ist eine Kontrolle. Jawohl. Sehr gut. Über die Wolle. Okay. Okay. Sehr gut. Ah. Oh. Drei. Naja, wobei geht. Es ist gar nicht so eng, wie ich jetzt erst gedacht habe, dass es ist. Oh. Sehr gut. Oh. Oh ja. Oh mein Gott. Leute. Ich schaffe es. Zumindest sieht es bis jetzt so aus. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh mein Gott. Oh. Es fühlt sich so gut an. So. Habe ich jetzt wieder unendlich Tank. Habe ich jetzt wieder unendlich Tank. Ja. Hey. Flugzeug. Cool. Könnten wir zusammenstoßen. Wollen wir das ausprobieren? Nein. Oh. Nein. Gottes Willen. Nein. Danke. So. War jetzt hier der Kack? Hier müsst ihr doch irgendwo gehen, oder? Ja. Genau. Sehr gut. Sehr schön. Yes. Yes. Okay. Gleich nächste Mission. Ein Mann namens... Marta. Ein Mann namens Marta? Ah. All right, all right. What's the problem now? Shh. After his close encounter with the nympho invaders, our hero finds himself unable to think of anything but this huge phalic mountain. Was? That's when I want to do the scene with the vat of mashed potatoes, but then we, uh... I don't give a crap about that. Just keep going. Keep going. You mentioned something about some legal problem on the phone. Oh, yeah. Congressman Alex Shrub has jumped on the pre-election bandwagon. He's going after the Puritan Vogue. Rumors are he's going to support measures to restrict, shall we say, the more... Fleshy ass. Oh, yeah. This station's great entertainment industry. Oh, yeah, all right. Okay. Okay. You know, Shrub. You guys get anything kinky? Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. All right. Oh, yeah. Yeah, 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 yeah. Yes. Yes. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Was that part of the, uh... What was she talking to? Hey, I can never tell. Anyway, you're probably... best to follow her after the shoot. See if she will lead you to their new love nest. You got a camera? Yeah, get him a camera. Ja, ja, genau. Hä? Junge, Liebe. Halte die N... Oder um mit der Kamera zu zielen. Ja, und dann? Ah. Drücke... Hm? Hm? Drücke... Okay. Okay. Hey, don't forget this weekend all weekend long. Dieses dumme Gelaber. Hä, hey. Hm? Hu, hu. Mia! 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 Oh mein Gott! Ne, die Musik, die stört mich schon wieder. Ich bin schon wieder hier geneigt. Ah ja, ok. Ich möchte gerne... Oh ow, oh oh. Oh, oh. Oh nein. Okay, jawohl. Jawohl. Sehr gut. Der Stine Limousine hat unfassbar, was heutzutage eine Limousine hat. Sollte ich ja hier eine... ...ein Auto haben? So. Okay. Jawohl. Das Hubschrauber-Teil schaut schon lustig aus. Oh, oh, oh. Fährt der hier über Rot? Ach, ist der hier über Rot gefahren? Darf der das? Darf der Fahrer das? Ah. Ha. Oh Gott. Mund zu halten. Es zieht. Ja, der fährt hier über Rot. Ja, vielleicht ist ja bei denen Rot das Grün. Das neue Grün. Oder das alte Grün gewesen. Haha. Ja, wahrscheinlich. Ja, das ist total unerfällig, wenn hier so der Heli... ...extrem tief damit fliegt. Ha, tada. Ja. Und... ...das ist ja lustig, dass hier die Bäume mitgehen. Das muss man sich mal vorstellen. Zu was man in der Zeit gedacht hat. Das ist ja Wahnsinn. Uh. Uh. Ha, hallo. Das Shirt von dem... Oh. Oh, und ein Helikopter. Hey. Ah, ja. Ah, ja. Can you call me Martha? Oh, Alex. I mean Martha. What do you say? Martha. Martha. Was zum... Ah, ja. Ah. Der hat gegenüber seiner Zulut an dir. Das muss man fotografieren bieten. Ach so, Moment mal. Es gibt eine Seitentür. Ah, ach so. So. Wo ist denn hier die Seitentür? Wo ist denn hier schon wieder eine Seitentür? Seitentür? Nein. Ey, da stand doch gerade irgendwas von der Seitentür, oder? Bin ich nicht bescheuert? Seitentür? Seitentür? Aha. Sehr gut. Seitentür. He, he, he. Der kann echt ganz schnell Treppen laufen. Leck mich, fett. Was ist da? Don't just jump. Hyper jump. Ah, ist klar, oder? Oh mein Gott. Martha. Someone's watching. How kinky. Wie erregend. Oh, oh. Oh, oh. Oh mein Gott. 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 Darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. Darauf war ich nicht vorbereitet. Darf ich den Helikopterin mal einfach fliehen? Schon darf ich, oder? Natürlich darf ich das. Ich meine, ich bitte euch. Ich bitte euch. Ich bin ein verdammter Gangster. So. Ja. Habt Spaß. Ganz viel Spaß. Ach, ist das leicht. Das ist ja einfach hier mit ein bisschen. Ja, auf dem Golfplatz fahren so rum. Ja, klar. Da könnte ich mich ja aufhalten. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Äh, wow. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Aber was witzig ist, sie waren absolut darauf vorbereitet, dass ich hierher komme. Das war witzig. Die waren absolut darauf vorbereitet, dass ich jetzt hierher komme. Weil sie ja schon mit dem MG standen und allem. Oh, da ist ein Teil. Uh. Nice. Wie auch immer, ich hier hochkomme. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, wie ich hier hochkomme. Ach so, natürlich mit dem Helikopter, der jetzt weg ist. Ja, kann man machen. Definitiv. Auf jeden Fall. Oh Mann. Okay, gut. Dann machen wir eine ganze Pause. Vielen Dank für's Zuschauen. Ich habe es euch gefallen. Wird mich voll wieder beim nächsten Mal, wie ihr bei Grand Theft Auto White City mit mir dabei seid. Mein Name ist Wanderl für heute. Auf Wiedersehen. Tschüssi.